Hey und willkommen zurück zu Binding of Isaac Afterbirth. Heute mal wieder mit Isaac. Da sind wir auch schon wieder im Basement 1. Ja gut, der Raum ist nicht wirklich gefährlich. Machen wir mal eben schnell fertig die kleinen kopflosen Reiter. Ne, Reiter nicht, weil kein Pferd, ne? Theoretisch. Ich meine logischerweise. Spuckt hier nicht eigentlich Blut oder hab ich da was verwechselt? Egal. Was bist du? Ähm, Fettprotector. Wow. Na ja, dann komm mal mit. Ich nenn dich Günther. Günther, die fette Fliege. So Günther, wir reisen jetzt zu Mamen. Denn Mamen ist ziemlich sauer auf uns. Wir haben unsere Hautaufgaben nicht gemacht. Also Günther, deine Aufgabe ist es, mich zu beschützen. Es freut mich, dass ich nicht mehr so allein in diesem Keller bin, sondern jetzt auch Günther bei mir habe. Oh, Günther, du hast mein Leben gerettet. Ich danke dir. Die Musik übrigens immer noch. Wunderschön. Ein Ohrwurm, den ich jeden Tag höre. Wo der mir nicht auf die Nerven geht. Das ist doch wohl positiv. Durch. Aus. Positiv. Kann ich hin. So. Ah, Günther. Nächstes Mal, ne? Weiß Bescheid. Musst du mich schon schützen? Günther. Sehr gut. Günther hat ihn platt gemacht. Im Tintblock. Benutze ich. Ne Menge Geld und ne Bombe zurück. Äh. Okay. 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 Nächste Ebene werde ich schon Schlüssel bekommen. Bin ich mir eigentlich recht sicher. Wenn nicht, dann war das natürlich nicht so gut. Ne Batterie. Die brauch ich nicht. Dreimal Larry Junior. Ah, du meine Güte. Ah, du meine Güte. So, Günther. Jetzt ist hier aber Herausforderung angesagt. So, mein guter. Larry. Also Larry ist halt wirklich so ein Boss. Der hat manchmal, äh, eine Richtlinie, wie er läuft, glaube ich. Und manchmal halt überhaupt nicht. Und wenn er halt überhaupt keine hat, dann kann er echt viel Damage austeilen. Wenn man nicht gut in den Ausweichen ist. Und ich muss zugeben, ich bin nicht der Beste. Ja, wo ich es gerade anspreche, ich bin nicht der Beste in den Ausweichen. Leider. Aber ich denke mal, mit den Parts wird sich das ändern. Und ich werde immer, immer, immer besser. Hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich sehr. Denn das Ausweichen fällt mir noch Tatsache sehr schwer. Übrigens, mal etwas in der eigenen Sache. Ihr könnt auch gerne mal bei den anderen von meinen Brüdern vorbeischauen. Einer spielt Lord of the Fallen. Ein ähnliches Spiel wie Dark Souls. Macht sehr viel Spaß beim Anschauen. Sein Kommentarstil gefällt mir sehr. Und der andere spielt, falls ihr Anime-Fans seid, One Piece Warrior 3. Eine kleine Eigenwerbung in eigener Sache. Schaut gerne mal vorbei. Sie freuen sich bestimmt. So. Aber nun zurück zu Binding of Isaac. So, bitte verwandle dich nicht. Richtig super. Kann man irgendwie sehen, ob das solche Verwandler-Piecher sind oder nicht. Ich weiß es nicht. Dafür kenne ich mich in Afterbirth noch nicht so gut aus. Ein Schlüssel? Kein Schlüssel für mich. Okay. Ja, gut. Du, mein Guter. Ja, genau da möchte ich die Momben. Super. Ne, da wollte ich sie nicht. Entschuldigung, ich habe gerade mich rausbauen müssen. So, komm, 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 komm. Du droppst doch bestimmt auch ziemlich geilen Scheiß für mich, oder? Vielleicht. Bomben. Ja. Er droppt mir Bomben und noch eine Kiste. Das ist super. Zack. Und ich komme auch an den Schlüssel. Sehr schön. Was bist du? Was ist hier drin? Toothshot. Toothshot. Uh, jetzt noch ein bisschen Damage ab und ich bin der König. Ich bin einfach dann der König bei Toothshot. Diese Zähne, die machen unheimlich guten Schaden. Unheimlich guten. Da war ein Zahn. Ich habe ein Zahnverlohn. Wo ist die Zahnfee? Wo ist die Zahnfee? Wer muss ich mal brauche. Ja, ja. Da möchte ich nicht rein. Vielen Dank. Ein bisschen Geld. Ah, ich hätte das Feuer ausmachen können. Sieh ich... Äh... Habe ich gerade gesehen noch. Als ich durch die Tür gegangen bin. Schön, dass du von alleine exklusierst. Da muss ich mir keine Mühe machen. Friss mein Zahn! Oh, da kam genau ein Zahn. Das hat ja perfekt gepasst. Und auch funktioniert tatsächlich. War alles geplant. So. Von euch möchte ich kein Damage. Denn das schwarze Herz ist für den... Obwohl ich darf auch beim Boss kein Damage bekommen. Ansonsten kriege ich kein Davidee. Und Davidee ist einfach sehr wichtig in Isaac. Weil das Damage ab... manchmal... Leben retten könnte. Monstrum. War ja klar, Monstrum. Schön, dich wiederzusehen. Na? Wie geht's dir in der Familie? Eltern? Kinder? Gut, ja. Das freut mich. Das freut mich. Aber du kannst glaube... Kannst du... Ja doch, du kannst das Fleisch glaube ich droppen, oder? Monster, kannst du das? Darf ich dir Günther vorstellen, Monster? Ich habe einen neuen Begleiter. Das ist Günther. Günther ist in diesem Keller mein bester Freund. Günther, kannst du mal Damage machen? Ich glaube nicht, oder? Ich will den Monster nicht zu nahe kommen. Er hat auch ein bisschen Gewahrsfähre verdient. Okay Günther, wir machen das. Wir machen das ohne Damage Günther, ohne Damage. Sehr schön. Davidi! Hallo. Jetzt ist mal ein bisschen besseres Angebot, ne? Also, das ist ja wohl eine absolute, absolute Frechheit, was du mir hier anbietest. Babys. Was will ich mit Babys? Ich will Damage ab. Hier ist es hier drin. Nein. Nein, 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 nein. Diesen Deal gehe ich nicht ein. Es tut mir leid. Ihr könnt mich jetzt gerne hassen dafür, aber für eine normale Kiste werde ich da ganz sicher nicht reingehen mit diesem Damage. Damage. So. So. Wieder nichts. Die Pilze bringen mir persönlich nicht wirklich Glück. Oh, der hat kam der Zahn geflogen, Junge. und vernichtet dich. So, du gehst mal wieder down. Ich sag dir, du gehst jetzt mal bitte down. Da kam wieder der Zahn geflogen. Zähne für alle! Ich laufe aber auch immer bei diesen Drecksviechern rein, ne? Das ist unglaublich. So, bei dir aber nicht. So, ich bin nicht kaputt. Hallo. Was bist du? Hallo. Okay. Okay. Aus, das ist ab. Aus, das ist ab. Aus, das ist ab. Pell. Luck ab. Okay. 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 Find ich gut. Find ich gut. Find ich durchaus gut. Ich müsste, glaube, erst diese Spinn an der Wand zerstören. An der Wand zerstören. Ah, das Weiße macht sie also langsamer. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, Spinnchen. Du gehst mir ein bisschen auf die Nerven, mein Bruder. Ein bisschen. Ah, nur um. Jetzt komm. Auf, weg hier. Full health. Okay. Nicht übel. Nicht übel. Spinnis Attacke. Spinnis. Ihr sollt nicht die Fliegen angreifen. Ihr sollt Mini-Tuke-of-Flies angreifen und nicht die Fliegen. Ach, Mann. Was soll ich nur mit euch tun, Spinnis? Erzählt mir das doch bitte. It shines for its brothers. Ja, das ist doch perfekt für mich. Ne? Brothers. Passt. Nehmen wir doch mit. Was es auch immer bedeutet, ist mir eigentlich auch egal. Obwohl, eigentlich nicht. Also, die Achievements. Ich habe Tatsache immer nicht die Seite aufgemacht. Ich bin aber auch manchmal vergesslich. So, im nächsten Part verspreche ich euch, verspreche ich euch, dass die Seite aufgeht. Großes Indianer Anwar. Damit ich nachschauen kann, was mir dieses Item bringt. Du stehst da jetzt nicht so geil, mein Guter. Obwohl, eigentlich stehst du ziemlich gut. Du kannst, glaube ich, jetzt nicht spawnen, oder? Kannst du was spawnen? Ich glaube nicht. Er kann was spawnen. so, die Fliege geht weg. Die bitte auch. Günther, du machst einen sehr guten Job. Muss man dir einfach mal lassen. Günther weiß, wie es geht. Das war nicht geplant. Das war auch nicht geplant. Na gut. Da wollte ich einfach zu viel. Hätte ich so weiter gemacht, wäre alles cool gewesen. Nein, ich wollte zu viel. Na komm, lass es uns beenden, Gertie. Gertie. Aber, also wer wirklich noch nerviger ist, ist Gertie Junior. Das zweimal. Oh. Das ist echt nicht cool, Gertie Junior. Hab her. Ja, 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 ja. Okay, es ist just Justice. Danke. Joker! Hallo. Guten Tag. Hä? Egal. Das war auf jeden Fall der heilige Raum. Ich glaube das erste Mal, dass wir den jetzt bekommen haben. Es ist ziemlich dunkel. Ich sehe kaum etwas, muss ich zugeben. Was es natürlich nicht einfacher für mich macht. Was es absolut nicht einfacher für mich macht. Und das, ich brauche ein Damage Up, ansonsten wird das hier schon wieder sehr, sehr schwierig. Habe ich irgendwas bekommen? Ne, habe ich es nicht. Oh, das ist sehr dunkel. Ja, das habe ich nicht gesehen, weil er schwarz ist. Ich ist gegen Schwarze. Ich habe immer was gegen Schwarze, schwarze, fette Fledermäuse. Die unheimlich viel aushalten. Günther, man gefährt nicht. Gut gemacht, Günther. Brauche ich nicht. Ich habe kein Spacebar-Item. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weil ich meinen Raum halten soll. Ich will ihn nur so schnell wie wirklich hinter mir halten. So, komm, 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 komm. Ganz schnell, ganz schnell weg, bitte. Ja, ja, bäh, bäh, bäh. Komm, du gehst auf, bitte. Kannst du jetzt mal entstaunen gehen, Junge? So, du gehst jetzt auf, bitte. Nicht down. Komm. Danke. Danke, 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 danke. Was ist hier drin? Es ist so dunkel. Aber da spiele ich dran. Ja. Ich habe Luck ab, komm schon. Er möchte. Ah, jetzt, jetzt, also jetzt wirklich. Es gibt mir doch ein Silberherz. Drecksding, geh weg. Neh mich, nehm mich, nehm mich. So. Ach, den Goldraum, da waren wir wohl noch gar nicht. Ja, siehste. Haben wir ja doch nur eine kleine Überraschung, was wir... Vielleicht hatten wir... Goldraum, ich bitte dich, dass du etwas sehr, sehr Gutes für mich hast. Was irgendwie den dran vollkommen retten kann. Irgendwas, was ich vielleicht sogar noch gar nicht kenne. Das wäre nice. Na gut. Meine Steam-Freunde sind gerade alle on, deswegen sehe ich gerade nicht, was ich bekommen habe. Justice. Kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Das nehmen wir natürlich mit. Deswegen würde ich auch einfach mal sagen... ... … ich möchte bitte meine beiden auch mal korrigieren in dieser Raum mag mir einfach nicht gefallen so so jetzt bist du noch dran mein guter get down was geht ab Bruder lange nichts mehr von ihr gehört wie geht es dir von mir ja oder nimmst du mir ein bisschen Geld weg habe ich gehört ja das ist nicht so gut was du hier gerade machst ja ist ja gut ich bin doch schon arm ich hasse diesen dreierschatz allgemein solche Gegner mit dreierschatz hasse ich absolut so hermit freue ich nicht hol ich mal kurz näher am Bildschirm gehen ob ich einen Tinblock sehe hier nein sehe ich tatsächlich nicht so mal kurz ein bisschen Platz gemacht was ja komm 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 so da bist du dann hier will ich einmal nochmal schauen ich will das nicht ich will das nicht wissen seit ja danke 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 was wirst du was wirst du luck down luck down it shines for its brothers shiny wie heißt das nochmal ich muss das jetzt mal ganz nah schauen shiny rock einen Moment bitte shiny rock shiny rock shiny rock und und bringt uns also jetzt nicht vier alles klar bringt uns also jetzt nicht vier alles klar bei dir bin ich den libidicator hallo ich habe meine Karte vergessen weil ich ein voll idiot ich hoffe denn er in der nächsten Ebene sieht es wieder hell das wäre nämlich fantastisch es war dann nicht so fantastisch aus da hat der zahm wieder mitgespielt oh Oh, ja, 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 wie viele Herzen sind denn das? Krass. Aber mit den Herzen kann ich leider nichts anfangen. Sorry. Gut, da habe ich die zwei Pilz-Items bekommen. Ist gut, ist gut. Kann man auf jeden Fall nicht meckern in der momentanen Fassung. Ja, ja, du hast eine Spinne, das freut mich. Absolut, dass du eine Spinne hast. So, die Karte habe ich mitgenommen, was ist hier drin? Ja, die Goldkäste hat mich interessiert. Tut mir leid, tut mir leid. aber ich muss wissen was da drin ist welchen gab die alte das kann ich nicht lassen das ist übrigens nützlich weiße Zeug von meinem Spinnchen Sack weil ihr seid nicht so nützlich ihr seid aber auch nicht schwierig und zack weg mit der Kampf ja ja Geld ist auch nicht übel nehmen wir alles erstmal mit 32 Münzen haben oder nicht haben und in meinem Fall haben so ne springt ein bisschen rum hier kleine Hoppelchen da hat sich das Weihwasser getötet leg dich niemals mit dem Weihwasser an Junge komm ich nachher zurück da will ich rein da will ich rein nehm ich mit nehm ich mit kostenlos dankeschön schönen Tag noch strange ich nehm das erstmal mit strange nehm ich mir für später mit wenn sie bitte aufhören würden sie einfach bitte öffne doch einfach dein Maul Mann komm noch einmal bitte komm noch einmal bitte ich denke ich habe ja so viel Damage genommen Mann 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 ist unglaublich wie schlecht ich in ausweichen bin wirklich nein ich will das haben so ihr kommt mir nicht so einfach davon lauf einfach rein und sehr gut super gefällt mir was du hier bisher machst ok du bist eigentlich kein großes Problem naja zack zack so Bombe interessiert mich nicht sie liebt mich ach der hat nie gemacht ne ne spider revenge 合 뭣 ein close ich bekomme jetzt noch mehr Spinnen das hier comparison da ist etwas 34 Münzen Federmäuse die hat auf den aufs Säckchen gehen Jaja, du kannst ja immer exudieren, wenn du das möchtest. Das ist mir eigentlich egal. Was ist eigentlich passiert, dass diese beiden gleichzeitig exudiert sind, das habe ich noch nicht ganz verstanden. War das jetzt an? Ich glaube es war alles an. Bitte Herzchen, bitte Herzchen, bitte Herzchen, bitte Herzchen. Bitte Bullshit. Danke, danke. Hätte ich mir im Shop ein Herzchen kaufen müssen. Oh, dieser Zahn, ne? Oh, mhm, dieser Zahn. Jetzt nur ein bisschen Speed und dann ist alles cool eigentlich. Da ist der Shop. Fuck you. Das da nehme ich auf jeden Fall mit. Und das kann mir im späteren Verlauf sehr, sehr helfen. So, das war auch schon dann der. Hier ist ein Shots wieder. Genauso wie ich das haben wollte. Mann, 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 Mann. So. Was ist das? Was bist du? Brimstone. So gut. So gut, so gut, so gut, so gut. So Kawaii hier. Wie mein Bruder jetzt persönlich sagen würde. Dieser Anime Freak. Ich schaue auch gerne Animes, jedoch eher seltener. Der Anime, den ich wirklich besonders, besonders, besonders gut fand, war Sword Art Online. Hat mich sehr mitgerissen. Und natürlich Death Note. Aber ich denke mal, das sind halt so typische Animes, die man alle zusammen, die eigentlich jeder mit Animes, der sich ein bisschen mit Animes beschäftigt, geschaut hat. So, da ist eine P. Okay Bullshit So, was bist du? Der Titan, wie bei enemies Ne, freu nicht Trotzdem, danke, danke, danke Sehr nett von dir Für das Angebot zumindest Was ist hier drin? Nichts, womit ich mein Geld ausgeben möchte Hm, das hat geschlossen Von dir hätte ich kein Herzen Danke Du interessierst mich eigentlich recht wenig Und ne Pille Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott So, weiter geht's zum Boss Zu Mama Nicht interessiert Uiuiui Das war Knappes Nehm ich mit Nehm ich mit Nehm ich mit Nehm ich mit Nochmal Strange Sehr gut Und Und Hallo Mama Und Tschüss Mama Ja Äh GG Will ich sagen Uiuiuiuiuiuiui Ja, nur sehr vorsichtig hier Du bist für heute abgeschrieben Auf zu The Womp Brimstone ist halt wirklich stark Wirklich, wirklich stark Hier ist es, oder? Was ist hier? Was ist hier? Feil, 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 feil Sooo Ja komm Und da ist auch schon der Bossraum Sehr schön Ohne viel Schaden Sind wir hier Also Brimstone Ja, doch Ist immer noch Seiner Stärke Perfekt Gefällt mir Der Run Gefällt mir sehr gut Nicht einmal treffen lassen Gefällt mir auch Sehr toll Shot Speed Up Ja, lohnt sich jetzt nicht viel So The Sun Wow Nehm ich mit Und auf Zu Muri Und damit würde ich eigentlich sagen Wir haben den Run geschafft Denn mit der Bibel Äh Run hätte ich Muri Und immer wieder ein guter Run Und immer wieder ein guter Run Und immer wieder ein guter Run Habe ich einherstes Damage bekommen? Ich sag einfach, es tut mir leid, dass ich gerade nicht mehr viel sage, aber ich bin einfach überrascht, wie schnell geht dieser 1. Oh my god, kein Problem abgesehen,ib covid sieht man das investiert. Also, das war dasselbe Wooow. ok aufladen damit bist du aber auch schon schlüssel und herrste mich mit so die münze nämlich auch mit war ja klar gibt mir alles was du hast irgendwie möchte ich nicht dieses zeichen aufheben so dass man auch schon justice sun so wird der bross ist da alles kann hermit die skater der fuhr wir erreichen was hast du noch für mich na komm er hat eigentlich nichts mehr und jetzt muss ich da eben durch durch die fliegen das war auch dieser schreckliche raum da möchte ich bitte durch was ist denn los ich töte mich gerade selbst das ist unglaublich was hier gerade passiert ach so alles klar absolute frechheit absolute mit euch möchte ich nicht spielen so mit ihr auch nicht und du bist auch weg dankeschön ich geh mich auch weg adios wir haben ein Date mit dem mit dem Mutti 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 so Mutti ich bin jeden Moment da ja ich äh hallo tschüss das war der Run das war das war das war der Run ich habe Mutti wieder besiegt und ja mit dem Mutti und damit hat er sich wohl die Augen für immer ruiniert der gute gute Beineck da steht zweimal die Mann besiegt und ich bedanke mich wieder vielmals fürs zuschauen macht euch einen wunderschönen Abend und bis morgen tschau tschau